Willkommen zu Witcher 3 Ich denke mal, jetzt beginnt die Schlacht Also, Geralt, bereit? Ja Schnappen wir uns die Bastarde Mit Vergnügen, Geralt, mit Vergnügen Okay Bin jetzt sehr gespannt, was passiert Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, Uralt Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde En verelit zireneid Ada eichbleneidene Okay Und los geht's Der Elfenstein hat funktioniert Sie kommen. Gib dein Bestes, Geralt. Eisdorf, keine Buene. Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Stille. Das ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Sirael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Siri. Aus dem Weg. Siri. Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Okay. Nicht nur seinen Stab. Das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber. Boa, sei. Wie er hässlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na gut. Oh, das sind eins. Was ist das? 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 Das liegt ja gar kein Ende. Was ist das? 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 Was immer das heißt Okay, versteinert Also gut Ja, okay Du kannst nicht gewinnen Auch nicht, wenn du mich tötest Siehst du So einfach ist es nicht Wo das herkam, gibt es noch mehr Wo ist er Ich habe alles reichen müssen Hab ich nur Ich habe alles reichen müssen Ich habe alles reichen müssen Komm noch hoch, schnell hoch. Oh Gott, das wird knapp. Das ist wahrscheinlich irre, oder? Oh. Und nur? Das ist unsere Chance. Ja! Hast du Ciri gesehen? Du kommst nicht durch ihre Rüstung! Werf sie mir! Ja! 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 Stimmt wohl! Ja! Was ist na vorn? Ja! Ja! Wer ist der Nächste? Wer will Stahl von Skelly geschmecken? Hjalmar, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfarm! Wir ersaufen euch, Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von eurem Leid liest! Gehen immer nur als Ziel zurück! Vorsicht, hinter dir! Es war von Anfang an klar, dass wir nicht zu kommen! Gibt es ja wohl nicht! Wen hat es getroffen? Oh! Gar nicht gut! Lass es das, keine Chance! Warte auf, Geralt! Irgendwelche letzten Forte? Halt's Maul und kämpf! Du hattest deine Chance! Was ist? Nein! Hexer! Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest! Warum? Ich möchte dir etwas sagen! Aber erst später! Wenn du immer sterben liegst! Oha! Na los! Zeig mir deine 3 W! Ich will sie sehen! Ich häng mir deinen Kopf an den Sand! Was? 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 Woge? Okay! was soll ich denn denn schaffen? mit seinem V-Hintritts wo ist er? immer noch nicht Mist gibt es ja wohl nicht . Mist. Hä? Kann ja wohl nicht wahr sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Lass es sein. Du hast mir also was zu sagen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich glaube schon, dass er ein falsches Spiel spielt. Ich hab den von Anfang an irgendwie misstraut. Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Okay. Na toll. Was? Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö!